Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Frauen, liebe Männer, liebe Omas, liebe Opas. Wir haben uns heute versammelt, um den Let's Player für Super Siemens für zwei Jahre glorreiche Leistung für Let's Plays zu gratulieren und, äh, ja, damit, äh, geben wir unser Mikrofon an ihn weiter. Hallo? Ne, äh, Spaß beiseite. Hallo Leute, ich bin seit heute, morgen, oder seit gestern, bin ich, ähm, schon zwei Jahre lang Let's Player und ich möchte einfach mal ein kleines Video machen, ein kleines Video, was jetzt irgendwie nicht besonders ist oder so, aber nur damit ihr Bescheid wisst, dieser Volldepp, äh, den ihr schaut, der ist echt schon jetzt zwei Jahre lang dabei. Und ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, weil ich hab das so lange durchgehalten, ich habe mittlerweile schon 1200 Videos hochgeladen, fast tagtäglich und, äh, habe schon über eine Million Videoaufrufe, das hätte ich niemals im Leben mir erträumen lassen. Ich hätte jetzt niemals wirklich gedacht, dass ich über eine Million Videoaufrufe bekomme, denn letztes Jahr, müsst ihr wissen, sah das noch viel, äh, oder sah das noch anders aus, weil da hatte ich noch nicht mal, also von den 3000, die ich jetzt hab, da war ich noch meilenweit weg und das hätte ich mir noch niemals vorstellen können und dank eurer Hilfe ist das alles picobello gelaufen und da möchte ich nochmal allen hier wirklich danken, fett krass, das ist richtig cool von euch, dass ihr, äh, mich mögt, finde ich klasse, äh, denn ich muss sagen, Silvester, also letztes Jahr Silvester habe ich noch meine 100 Abonnenten bekommen, geknackt und jetzt haben wir bald wieder Silvester und ich habe echt 3000 bis jetzt dazu bekommen und es steigt immer mehr und immer mehr und das ist richtig krass einfach nur, äh, das Video soll jetzt nicht irgendeinen, ja, das soll jetzt nicht irgendeinen besonderen, ne, hier Reiz irgendwas hier beinhalten, also einfach jetzt nur mal so ein kleines, ja, zwischendurch Video sein, was, äh, jetzt irgendwie keinen Grund hat oder so, nicht irgendwie jetzt irgendeinen Let's Play oder so, äh, auf jeden Fall möchte ich mich jetzt nur mal an alle meinen Abonnenten bedanken, dass ihr ja immer so fleißig schön irgendwie Kommentare schreibt, mir Daumen hoch oder runter gebt, ähm, äh, dass ihr meine Videos schaut und alles drum und dran, was man halt da halt macht und da möchte ich mich echt nochmal bei allen bedanken, denn das ist wirklich, ich finde das richtig cool, äh, ich arbeite ja auch, äh, schon seit ein paar Monaten und das ist wirklich eine gute Abwechslung und, äh, ja, da kommt man immer gut weg, vom Real Life, also, gute Beschäftigung auf jeden Fall und ich weiß immer, dass ich welche hinter mir habe, die hinter mir stehen, das finde ich klasse, äh, also fühlt euch alle geknuddelt, äh, ohne euch wäre ich niemals so weit gekommen wie jetzt, äh, und ich bin wirklich froh, dass ich euch habe und es ist wirklich schon extrem krass, dass ich über 1200 Videos habe und finde ich, finde ich auch cool, schon ein paar Projekte beendet, Let's Plays, ist schon cool, also, gerade ich, ne, und ich hoffe mal, es läuft so schön weiter und ich hoffe mal, ich kriege noch ein paar Leute dazu überredet, ähm, vielleicht irgendwie, äh, gefallen an meinen Videos zu finden und ich werde natürlich immer wieder weitermachen, täglich natürlich und, ähm, ja, ich hoffe mal, ihr bleibt am Ball, ähm, ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, nicht aufgeben, komme was wolle, denn das, äh, ein bisschen Let's Player sein, das ist irgendwie schon zum Alltag geworden und, äh, das gehört schon damit zu mir, äh, dazu. Hätte ich in zwei Jahren mir niemals erträumen lassen, weil da habe ich noch 15, habe ich mit 15 angefangen, im November, gute Zeit und auf jeden Fall, äh, zwei Jahre jetzt mittlerweile schon, ist schon ne ganz ordentliche Zeit und, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen, ihr würdet mich immer noch, äh, ne ganze Weile ertragen müssen, ich denke mal, solange ich ja immer noch Spaß dran habe und solange ich nicht irgendwie sterbe, werde ich das Let's Plane auch nicht aufgeben und immer schon weitermachen, weil es gibt immer genügend Spiele, die man spielen kann und das macht wirklich immer noch extrem viel Spaß und das muss ich wirklich sagen, also, ja, doch schon. So, okay, das, das war's von dem kleinen Video jetzt hier hier und es ist jetzt nichts Besonderes, aber für mich irgendwie schon, weil, ne, zwei Jahre, die ich dann, einfach, äh, zwei Jahre, dass ich, das, was ich jetzt hier mache und, ähm, ja, nochmal, vielen Dank an euch, ihr seid spitze, macht weiter so und, äh, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt einfach mal und, ähm, auf weitere Jahre, auf weitere Jahre, meine Leute, macht's gut, tschüss!